Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Erstachtet, läuft der Verestras-Bericht anzunehmen bei Lekstraza, die Lebensbinderin der Drachenöde, an dieser Position, also ganz oben auf dem Wirmowu-Tempel. Wie ihr hier hinkommt, seht ihr im Video von der Vorquest. Das war die Quest Die Königin Verständigen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin mir aber sicher, das Video hilft euch auch hin wie Hotel K Classic. Nun dürft ihr hier mit diesem Torvastras quatschen und ihm sagen, dass ihr zu Lorde der Verestras wollt in der Mitte des Tempels. Und schon seid ihr unterwegs zu diesem NPC. Ziemlich kurze, einfache Quest. Solltet ihr euch fragen, warum ich sie jetzt aufnehme. Die Antwort ist so einfach wie simpel, weil ich es kann. Deshalb nehme ich diese Quest auf und lade sie auf YouTube hoch. Alles klar? So. Quest ist abzugeben bei Lorde der Verestras, in der Drachenöde, an dieser Position. Wie ich hier hingekommen bin, hat man ja im Video gesehen. Ich hoffe mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.